Hallo ihr Lieben, die Sucht hat wieder zugeschlagen. Ich war shoppen bei Rossmann und habe den Highlighter von Rivalde Loop aus der Romantik Flower Limited Edition mitgenommen. 11 Gramm sind da drin, kostet 2,99 und ich habe im Vorfeld nur Gutes von ihm gehört und dachte mir, den stellst du den Mädels vor, den packst du jetzt ein, ohne drüber nachzudenken. Und ja, da ist er, weil ich hatte euch ja damals von dem Catrice Highlighting Powder erzählt und das haben viele nicht mehr bekommen. Das ist so ein schöner Alltagshighlighter ohne Speckschwarzen Glanz und der geht in dieselbe Richtung. Wie ihr seht, habt ihr da so ein Blumenmuster und habt drei Farben. Ich muss dazu sagen, die in der Mitte finde ich jetzt nicht so schön, die krümelt so ein bisschen. Die ist so ein bisschen kalkig, cakey, ich weiß auch nicht genau, wie man das nennt, aber das andere beide sind wunderschöne Farben und gemischt ist es auch super. So sehen die aus. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich auf dem Handrücken nichts sehen, ich weiß es gar nicht, aber ich habe Bilder für euch gemacht. Einmal in die Infobox unten bitte klicken. Da könnt ihr auf dem Blog gucken und da seht ihr das nochmal an Makroaufnahme. Auf jeden Fall 2,99. Ich benutze es mit so einem festen Pinsel und mischt dann sogar, weil, wie ihr seht, hier in der Blume könnte man wahrscheinlich noch einzeln entnehmen, aber hier die ist so ein bisschen klein, was ich aber auch gerne mache, wenn ich akzentuiert highlighte, was alle Lichtjahre einmal vorkommt, weil ihr kennt mich ja rechts, links und bam, ja, drauf damit und fertig. Dann würde ich das mit so einem feinen Pinsel machen, aber ansonsten mische ich das einfach. Das gibt so einen schönen alltäglichen Tages-Highlighting-Glanz, also keinen Speckschwarzen-Glanz oder so, wie ihn den Mary Luminizer macht. Und für 3 Euro habt ihr da wirklich ein super Produkt. Es gibt gar nicht so viele Highlighter im festen Standardsortiment. Irgendwie kommen die immer als Limited Editions raus und ich finde jetzt, das ist einer, wo es sich wirklich nochmal lohnt, genauer hinzusehen, damit man so einen schönen Alltagshighlighter hat. Ich habe ja so eine kleine Highlighter- und Rouges-Zucht, gebe ich auch ehrlich zu. Also ich muss sagen, mein Vorhaben, dass ich weniger kaufe, hat sich schon gut durchgeschlagen, aber bei Highlightern fällt es mir dennoch sehr, sehr schwer. Aber Übung macht den Meister, wobei ich sagen muss, ich benutze die auch wirklich täglich. Ich mache die dann morgens drauf, komme mittags nach Hause und dann stehe ich da und nehme den Pinsel wieder und schmiere wieder drauf. Bräuchte ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie kribbelst du in den Fingern und dann denkst du dir so, boah, heute Abend kommt was Geiles im Fernsehen, ja, willst du noch was Geiles zu trinken holen und so, kennt ihr das? Es kommt was Gutes im Fernsehen und man möchte sich was Tolles zu trinken holen oder was Tolles zum Essen. Völlig bekloppt oder auf jeden Fall, bevor ich dann in den Supermarkt gehe, es könnte ja der Traummann hinter irgendeinem Regal hervorspringen, nochmal Highlighter drauf, ne? So, und abends beim Abschminken, ja, stehe ich dann erstmal da und mache so Scratch und Kratze, äh, Klatsche, nein, Scratche, kratze mir so 10 Schichten Highlighter erstmal hier so runter, bevor ich mit dem Abschminken beginnen kann und man erstmal an die Haut kommt. Und, naja, auf jeden Fall habe ich den gekauft, 2,99, fand ich jetzt keine Unsumme, tut mir auch nicht weh und dadurch, dass ich Highlighter wirklich täglich benutze, mehrmals, finde ich es auch nicht schlimm, mehrere zu haben. Es ging ja auch darum, keine Unsinnskäufe mehr zu machen von Sachen, die man wirklich gar nicht benutzt. Ich bin jetzt auch wirklich fast alles losgeworden, ähm, irgendwann kommt mal ein Update, aber derzeit eher nicht. Also, komplette Schminksammlung, weil ihr immer danach fragt, aber es ist immer noch so viel, und ich möchte das einfach nicht in geballter Form irgendwie komplett mal in die Kamera halten, weil sehr viele Sachen auch, ähm, zur Verfügung gestellt worden sind, zum Testen bekommen sind und ich habe das an sich alles gar nicht selber gekauft, aber es gibt einfach Mädchen oder sehr junge Menschen, die können das nicht reflektieren, dass man das alles nicht braucht. Man braucht es nämlich eigentlich nicht, das sind absolute Luxusgüter und ich bin mir da noch nicht so sicher, wie ich mit dem Thema umgehen soll. So, auf jeden Fall, das ist der Highlighter. Ich finde ihn gut. Guckt euch nochmal die Bilder auf dem Blog an. Es gibt einige, die jetzt sagen, ja, er ist nicht so fein wie dieser hier. Das ist er auch nicht. Sie haben auch nicht an sich dieselbe Farbe, aber ich finde, sie eignen sich beide sehr, sehr gut als Tages-Make-up-Highlighter, Daily-Highlighter, ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich wollte euch eigentlich nur darauf aufmerksam machen. Ich muss jetzt noch ein bisschen was machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Vielleicht hören, sehen wir uns am Sonntag wieder. Ich treffe morgen die liebe Coco von Cosmo und muss jetzt noch ein bisschen waschen und den Koffer packen und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.